Moin, mein Name ist Schlesen. Ich arbeite bei den deutschen Ölwerken Lugmin GmbH und bin im Bereich Abfüllung tätig. In dem Bereich Abfüllung fülle ich die unterschiedlichsten Gebinde ab, von 1 Liter bis 1000 Liter, mit den verschiedenen Sorten von Öl, Hydrauliköl, Getriebeöl, Motorenöl. Also die Leergebinde fahren rein in die Lanzen, wo dann die jeweiligen Gebinde abgefüllt werden. 1 Liter, 4 Liter, 5 Liter. Dort fahren sie dann weiter zum Verschließer, wo die Deckel drauf kommen. Dort fahren sie dann weiter zum Etikettierer, wo sie dann Vorder- und Rücketiketten kriegen, je nachdem. Und dann zum Schluss zum sogenannten Chargendrucker, wo dann die jeweilige Charge von drauf steht. Besonders gut gefällt mir auch, dass wir als Kollegen untereinander bei zum Beispiel dem zehnjährigen Jubiläum 2023 auch zusammenkommen, die Veranstaltung genießen können und ein familiäres Zusammensitzen haben und uns dabei gut untereinander austauschen können. Wenn auch du Teil der DOL-Familie werden willst, dann komm jetzt an Bord.